Die neue Benelli TRK 502X in dem weißen Farbton mit schwarzen Akzenten, ein guter Kontrast. 500 Kubik, 35 kW, 48 PS bei 8500 Umdrehungen und ein maximales Drehmoment von 46 Newtonmeter bei 6000 Umdrehungen. Ein Fahrzeug, das für die größeren Reisen ausgelegt ist mit seinem 20 Liter Tankinhalt und einem Kraftstoffverbrauch von 4,1 Liter laut Euronorm, ist das eine respektable Reichweite. In diesem Fahrzeug mit Drahtspeichenrädern und Aluminiumfelgen haben wir ein 19 Zoll Vorderrad in der Größe 110-80-19 mit Metzler-Bereifung und hinten ein 17 Zoll Drahtspeichenrad in der Dimension 150-70-17. Die Sitzhöhe schränkt den Kundenkreis etwas ein, da wir hier eine Sitzhöhe von 895 mm haben. Das Gewicht beträgt fahrbereit 235 kg und die Zuladung 192 kg. Sturzbügel, Handprotektoren, Windschild, Hiedelstahlauspuffanlage sind serienmäßig, so wie der Haupt- und auch der Seitenständer. Zusätzlich ist an der Schwinge noch Aufnahmen für einen Montagebock vorgesehen. LED-Blinker, LED-Rücklicht, stabiler Gepäckträger. Cockpit mit allen notwendigen Funktionen, Griffarmaturen, blau beleuchtet hinterlegt. Der linken Seite in der Verkleidung integriert unter einer spritzwassergeschützten Abdeckung eine USB-Stickdose. Zum Abschluss noch ein kleiner Soundcheck. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017